In einer Zeit, in der Dunkelheit alles überschattet, auch der letzte Widerstand gebrochen scheint, existieren nur noch wenige, die bereit sind, den Kampf auf sich zu nehmen. Viele sind gefallen, viele hat der Mut verlassen. Andere wiederum haben sich vergessen und der dunklen Seite zugewandt. Trotzdem bleibt ein unauslöschliches Licht, das die Furchtlosen vorantreibt. Denn tief in den Herzen jener, die bereit sind, alles zu opfern, steht es geschrieben, wenn einem alles genommen wird, bleibt nur noch die Augen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja. Vielen Dank.